Was haben wir denn da? Aufwachen! Aufwachen! Was ist los? Glaubst du, ich tu dir weh? Warum? Ich bin nicht der Böse hier. Und ein Einheim. Das ist Batman. Hat dich verlassen. Ausgesetzt wie einen ungeliebten Hund. Kann ich ihn behalten, Daddy? Oh, bitte, 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 bitte. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Alles, was du möchtest, Prinzessin. Man soll ihn nur auch als deinen erkennen. Er soll doch nicht wieder hier enden, oder? Nein, Daddy. Ich will ihn für immer behalten. Nein, nein, bitte nicht. Bitte, nein. Nein! Nein, 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 nein